Ich sag mal so, wunderschön, guten Tag und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Heute mal in einer ganz anderen Form, sonst immer gab es Videos, Twitch-Mitschnitte oder die letzte Zeit auch einige Vlogs aus meinem Thailand-Aufenthalt. Ich bin mittlerweile seit drei, vier Wochen wieder zurück. Ich hatte wirklich schon lange Zeit darüber nachgedacht, mal eine Art Podcast an den Start zu bringen. Einfach verschiedene Themen, die man bequatschen kann. Man kann Gäste einladen, man kann sich mit Gästen hier vor Ort zusammensetzen. Also es gibt da verschiedene Möglichkeiten, über was man quatschen kann, wer vorbeikommt und so weiter und so fort. Ich habe allein damals das Format trueculture.de geführt, geleitet, Interviews gemacht. Also praktisch eine One-Man-Army. Und das Ganze, warum ich da drauf jetzt komme, hat angefangen mit Audio-Interviews auf MySpace. MySpace bedeutet, ich habe mit Künstlern Interviews gemacht via Telefon. Damals war das natürlich noch alles komplizierter, allein dieses Telefonat aufzunehmen. Aber ich habe die Interviews, wie gesagt, via Handy geführt. Habe die dann mit einem Mini-Disc-Recorder, an den ich ein Mic angeschlossen hatte. Also wie gesagt, ganz dubiose Art und Weise damals, das aufzunehmen. Es ging nicht so easy wie heutzutage. Habe das aufgenommen, habe das geschnitten und habe es bei MySpace hochgeladen. So hat für mich die ganze Trueculture, Social Media, virtuelle Welt irgendwie begonnen. Seitdem schwingt auch immer der Gedanke bei mir im Kopf, daran irgendwie weiterzumachen. Jetzt gar nicht nur im Rap-Bereich so. Ich habe da wirklich Bock, jegliche Themen zu besprechen und jegliche Gäste am Start zu haben. Aber ich merke auch immer öfters, siehe jetzt auch bei Twitch oder sonstigen Styles, sobald ich eine Kamera bei mir vor der Linse habe, also ich vor der Kamera bin, fühle ich mich einfach massiv ungelockert. Bei Twitch geht das noch, weil man da irgendwie zockt oder abgelenkt ist. Aber als damals halt wirklich dann von Audio-Interviews zu Video-Interviews das gewechselt hat, habe ich schon gemerkt, ey, sobald die Cam vor mir steht, Unwohlsein to the fullest, aufgeregt to the fullest und irgendwie, keine Ahnung, es war ein komischer Vibe. Ich habe es aber gemacht natürlich, weil, wie gesagt, One-Man-Army, aber jetzt sind wir abgeschweift. Genau deswegen ist einfach schon das die ganze Zeit bei mir im Kopf. Über Twitch finde ich es ein bisschen strange, kann man natürlich auch irgendwann machen, man muss einfach schauen, wo es hingeht. Ich dachte, ich starte das jetzt mal hier auf meinem YouTube-Kanal und ja, was natürlich auch positiv ist, man kann Podcasts überall anhören. Und was mich interessieren würde, wäre doch, was für Themen ihr interessant fändet. Schreibt doch mal deswegen bitte in die Kommentare, welche Themen ihr nice fändet und was für Gäste ihr cool fändet. Ich habe schon einige Sachen aufgeschrieben, einige Ideen zusammengesammelt. Würde mich da echt freuen, wenn ihr da auch ein bisschen in die Kommentare reingleistert. Vielleicht ist ja irgendwas noch dabei, was ich noch nicht auf dem Schirm habe. Das war mal grob das Intro, grob die Beginnings. Und ich hoffe, dass es ganz bald weitergeht. Hier mit Podcast teilen auf meinem YouTube-Kanal, wie das dann noch weitergeht, ob man das noch auf anderen Plattformen veröffentlicht und so weiter und so fort. Oder auch mal auf Twitch einen Podcast live startet mit Live-Gästen, ist alles offen. Und in diesem Sinne, ihr seid es gewohnt bei den Videos. Auch hier würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Kommentiert das Ganze, abonniert den YouTube-Kanal, seid lieb und bis ganz bald. Bleibt gesund. Ahoi. Sein Anfeinigung. julgen.